Wunderbar, vielen Dank! Ich glaube, das heißt hier nicht She. Das heißt, das ist She. Das ist auch alles so She. Ja, jetzt zur nächsten Nummer. Es gibt Tage, die die Welt verändern. Und einer der wohl beeindruckendsten Auftritte, den wir jemals hatten, der war anlässlich eines solchen Tages. Das war zum Jubiläum 20 Jahre Mauerfall. Da standen wir vor dem Brandenburger Tor und haben dort gesungen, genau 20 Jahre nachdem die Mauer gefallen war. Ein unglaubliches Gefühl. Auch das nächste Lied ist von der Berliner Mauer inspiriert. Es wurde in den 70er Jahren geschrieben von David Bowie. Und in einem Interview sagte er, dass er ein Pärchen gesehen hat. Direkt an der Berliner Mauer. Die beiden standen dort, haben alles rundherum vergessen. Die ganze Trostlosigkeit. Alles, was dort passiert ist. Und haben sich ganz einfach geküsst. Und so wollten sie für David Bowie zu seinen ganz persönlichen Helden. Musik Klima gibt uns eine Chance, doch wir können siegen für die Welt, Klima. Und wir sind ein Helm für einen Tag. Und wir sind ein Helm für einen Tag. Und du, du Königin. Und wir sind ein Helm für einen Tag. 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 Und wir sind ein Helm für diesen Tag.